Oh yeah, liebe Leute, willkommen zum nächsten Part von Let's Play Sonic Adventure 2 Battle, wo wir back in Business sind und ahhh, wir müssen uns vor dem Ding verstecken. Kaffee ist schon vorbei. Und das Problem ist, der macht seine Routine-Dinger und jedes Mal, wenn er uns erwischt, bekommen wir richtig viel Schaden. Da können wir auch gar nicht ausweichen annähernd. Das ist gar nicht möglich überhaupt irgendwas zu machen. Was haben wir denn hier? Aber mit dem Boden und Wände. Fuck. 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 Geht da hin, wie lang geht er? Das heißt, wir gehen da. Blah, 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 blah. Da sieht man schon mal, wie klein das ist. Was steht denn hier? Der zweite Raum. Damit kann ich echt was anfangen. Ah. Damit kann ich echt was anfangen. Ja, Kamera. Wir müssen hier genau jetzt zu Torschlüssen. Ah. Da. Aua. Das ist genau das Tolle an dem Ding. Da hinten ist es schon mal nicht. Könnte es da oben sein? Da hinten ist es schon mal nicht. Könnte es da oben sein? Ah. Da irgendwo. Hier. Genau. Und dann müssen wir noch nach dem letzten umsuchen. Wir gehen da antler. Wir gehen da antler. Wir müssen noch mal hier. Und dann fahren wir hier. Da oben. sech, es muss hier irgendwo oben sein. Oder hier. Also es geht bis dahin? Ehhh. Mann. Wie ist das? Perfekt? Wie ich? Oh, 22.41 Uhr in der Raumkolonie ARC. Die letzte Kolonie. Finde den Weg ins Zentrum der Kolonie. Damit müssen wir auf jeden Fall sehr viel rumdiesen. So, this is the Space Kolonie ARC. Ich habe die zentrale Kontrollrunde, die Shadow vorhin eröffnet hat. Das heißt, wenn ich den Weg durchfinde. So, hier bekommen wir wahrscheinlich den Harborboard auch. Wie ich zumindest schwer von aus. Was das für Zeit wäre. So. 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 Ich habe ein paar Punkte verloren. Du musst halt die Punkte so mitnehmen. Das ist das Problem. Ich muss halt dafür eigentlich nur eine Ahnung haben, wie man es richtig drücken muss. Weil wie lange es halt geht, dann kann man davon halt echt schon viele Punktzahlen rausnehmen. Das ist das Problem. Wunderbar. Dann halt nicht. Hängt meine Luft dran vorbei. Warum nicht, ne? Ich glaube, das müsste ein lockeres A gewesen sein. Yep. Jetzt weißt du, warum ich das Beste bin. Nein, weiß ich immer noch nicht. So. Jetzt habe ich mir nämlich gedacht, dass es ein lockeres A wird. So wie wir halt schon extrem viel mitgenommen haben. Eigentlich alles. Ich habe mich für dich, Doktor. Jetzt werde ich die glöössige Erwartung zeigen, was der Welt's leitenden Wissenschaftler, Professor Gerald, hat er gegründet. Der Arck war die erste Kolonie der Menschheit erschaffen. Nicht viele Leute wissen, dass der Arck enthalten war ein secretes Forschungszentrum, wo die Weben der Mass-Destruktion wurden gegründet. Das ist einer von ihnen. Eine Weben, die von einem gesamten Planeten zerstörte. Kodenamen... The Eclipse Cannon. Zerstörte dein gesamten Planeten? War das mein Vater's legacy? Aber sie hat jetzt schon ein paar Zeit gegründetiert. Um es reaktivieren, große Menge Energie sind notwendig. Oh, deswegen brauchen wir die Chaos-Emeralde. Genau. Um es zu reaktivieren, wir brauchen die 7 Chaos-Emeralde. Once du das hast, dann hast du das ultimale Kraft des Destruktion, um zu benutzen wie du willst. Und dann... die Welt könnte deinem sein sein. Oh. Ha, 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 ha. Das klingt so gut. Ich mag das, was du denkst, Shatner. Ich werde das Chaos bekommen. benutze die Maschine, um die Welt zu dominieren und um eine Vergangenheit zu bauen. Denkst du wirklich, dass es so einfach wird? Oh. Die Fledermaus spricht. Ich habe eine großartige Idee. Wie geht es um ein Deal? Ein Deal? Wenn du diese große Emeralds hast, sagst du etwas über eine Reaktion. Eine Reaktion, die es mit den Master Emeralds haben. Wenn du mir das Radar verwenden kannst, werde ich dir helfen. Was denkst du? Wenn ich das? Was ist für mich? Ich habe eine Idee, wo die anderen Chaos Emeralds sind. Es kann nicht so sein, aber wirst du wissen, dass ich ein Trägerhundter und spezialisiert in all kinds of Jeweln. Oh. Sehr gut. Okay, dann. Es ist ein Deal. Ich glaube nicht, dass wir uns getrennt haben. Ich bin Rouge the Bat. Aber du kannst mich Rouge. Na gut. 11 vor 13. Prison Island. Küste. Das ist ein Punkt. Dass ich zurückkehren soll, ist meine Idee von einem Vakation. Wie kannst du sicher, dass deine Erdächtigungsrechte sind richtig? Warum wäre die Chaos Emeralds hier auf der Island? Ich bin absolut sicher. Na gut. Welch, glaubw, was du wirst. Hm. Sehr gut. Sehr gut. Ich habe darüber gesprochen, wie wir das tun müssen. Ich werde erst einmal distracten die Militärer. Du bist zu schreiten in die Basse, ohne zu sehen. Dann, Shadow wird in der Arbeeren, wo er den Timer auf diese Dynamite platte. Als das in den Platz ist, werden wir die ganze Isle und wegkommen, bevor jeder eine Chance hat, was sie zu wissen. Wir werden uns in der Karko-Amerik und holen die Päne. Das ist ein Herausforderer für so sehr wertvolles Trefferhundern. Das ist nicht die Frau? Wir haben nur 30 Minuten, um diese Mission zu fangen. Ich werde nur noch einen versuchen, also nicht fehlen mir! Dafür nehme ich nie zu viele rausnehmen! Dann kriegt man sonst nicht so viele Punkte, wie man sonst bekommen könnte. Das ist dann nämlich das Besondere hier an dieser Stage. Willcam Power Up, du kannst Steilcontainer aufbrechen! Das ist natürlich gesehen jetzt nicht gut! So, haben wir diese Stage zumindest was das angeht, halbwegs gut durch bis zum Teil. Oh Gott! Wie knapp das war! Das hat mir eigentlich nicht mehr durchgepresst! Das hat mir eigentlich nicht mehr durchgepresst! So! Ich bin wenigstens so ungerecht! Ich kann halt echt extremst abgehen auf dieser Stage! Zumindest was Pünktesammeln angeht! Deswegen sollte man hier nicht unbedingt auf dieser Stage runterfallen, weil man da sehr viele Punkte verliert! Ist dann klar warum! Das ist schon fair! Mann! Ich sag's doch da vorne! Und dann BÄM! Komm der Wien! Ja! Ich werde das nächste Mal hier entlang! Was sieht mich? Keine Güte! Das ist... Mann! Jetzt sind 20.000 Punkte weg! Das ist einiges an Zeug! Wir müssen mal einmal so sagen! Was halt ist, ne? Schade! So viele Punkte so zu verlieren! Weil bei uns die Punkte eigentlich safe waren! In einem Sinne! Deswegen ist am Anfang so viel! FG ist schon perfekt! 10 aber nicht, ne? Ja! Mein Extreme! Nur in Anführungsstrichen! Wo ist denn nicht aus? Die kommen aus! das passt auch alles das ist wirklich schon schade weil diese stage gibt einem so viele punkte wenn man da halt wirklich was für kacke haben 20.000 punkte weniger damit sollten wir eigentlich nur ein e erreichen im normalfall wahrscheinlich erreichen wir doch irgendwie noch was besser sind dann würde ich mir so denken es ist so einfach gewesen ne doch nicht gut da kommt ja halt schon echt viele punkte ja geschenkt gerade durch diese kombination die ich ja auch gemacht habe gut so ist das halt ne okay everyone ready oh man Das ist das erste Mal, wo Eggman dann seine Brände aufgesetzt hat, das sieht interessant aus, ja und dann können wir natürlich auch diesen Fight, aber das lustige ist ja, na los, danke. Denkst du ich werde nie damit wegkommen? Ja doch! Nämlich ich sage einfach vielen Dank, dass du in diesem Part dabei wart, dass du in diesem Part dabei wart und wir sehen uns in dem nächsten Part wieder und ich komme damit weg! Ja Tails? Ciao!